Die Rohrprogramme Polokal XS, Polokal NG und Polokal 3S überzeugen vom Dach bis in den Keller. Seit Jahrzehnten, für Jahrzehnte. Herausragend an Polokal 3S, Polokal XS und Polokal NG ist ihre bewährte Dreischichttechnologie mit über 20 Jahren Erfahrung. Was leisten die einzelnen Schichten? Erstens, die Außenschicht aus PP ist der harte Schutzmantel des Rohres, robust und von hoher Schlagzähligkeit. Zweitens, die Mittelschicht aus PP-MV, einem mineralstoffverstärkten Kunststoff, bringt hohe Schalldämmung und Stabilität. Drittens, die Innenschicht aus PP gewährleistet eine enorme Oberflächenglätte und chemische Resistenz. Viele bemerkenswerte Eigenschaften, vereint in einem Rohrsystem. Das Fraunhofer Institut für Bauphysik hat geprüft und offiziell bestätigt, Polokal NG und Polokal 3S haben deutlich bessere Schallschutzeigenschaften als die Ö-Norm oder DIN verlangt. Ein Spitzenergebnis, für das Poloplast jahrelange Forschung und Weiterentwicklung im Bereich Schallschutz investiert hat und investiert. Der Garant für höchsten Wohnkomfort im Flüsterton. Das geprüfte universelle Eigenschaftsprofil von Polokal NG mit erhöhter Sicherheit eröffnet zahlreiche Anwendungen im ganzen Gebäude. Praktische Baulängen, angeformte Steckmuffen und ein umfangreiches Sortiment mit einer Vielzahl an Systemkomponenten bringen viele Verlegevorteile. Die Vielzahl an Systemkomponenten in den Dimensionen 32 bis 250 machen Polokal NG zu einem der umfassendsten Rohrprogramme mit vielen Spezialformteilen. Ein kurzer Überblick. Übergangsrohre in den Ausführungen Innen-Innen, Kurz- und Zentrisch. Kondensatabläufe für Kunststoff- und Spiroleitungen oder mit Anschluss auf Schlauch, Umlüftungsbogen, ein breites Programm von Übergangsformteilen für die Renovierung oder das Reinigungsrohr Polo EHP Contro. Kein Zweifel, mit diesem Sortiment sind alle Aufgaben zu lösen. Schnell, sauber und intelligent. Seit Jahrzehnten gilt Polokal NG als Synonym für hochwertigen Hausabfluss. Erstaunlich leise, extrem belastbar und mit sehr glatter Innenschicht. Ein praktisches Steckmuffensystem und das umfangreiche Sortiment erlauben dem Installateur eine sichere, schnelle und flexible Montage in jeder Lage. Polokal 3S erbringt seine Spitzenleistungen im hochschalldämmenden Hausabfluss. Die erste Wahl bei besonderen Schallschutzanforderungen. Erstklassige Luftqualität bei hohem Wirkungsgrad. Dafür sorgt Polokal NG 100% erweiterbar mit anderen Systemen. Intelligente Revisionsdeckel ermöglichen die einfache Wartung, reichhaltiges Zubehör inklusive. Leise, saugstark, zuverlässig. Dafür steht Polo ZSA mit seinen einzigartig glatten Innenflächen und der exakten Muffenausbildung. Präzise Lippendichtungen halten dauerhaft den auftretenden Unterdruck im System. So leise und sauber kann Staubsaugen sein. Polo ZSA ist enorm formstabil und mehrfacher Testsieger. Mit Bravour meistert Polo UDS alle Tests und Anforderungen zur Unterdruckdachentwässerung. Kompromisslos dicht, auch bei Unterdruck bis 900 Millibar. Das Stecksystem mit umfassendem Zubehör macht Schweißarbeiten unter Dach endlich überflüssig. Die Auszugsicherung Polo KAL NG ASV bringt Sicherheit durch verstärkten Halt. Polo UDS ist als Gesamtsystem erhältlich. Dachabläufe, Rohre und Befestigungen. Wer sich für Polo KAL XS, Polo KAL NG oder Polo KAL 3S entscheidet, bekommt kompromisslose Leistung. In jeder Hinsicht. Schnell und sicher in der Verarbeitung. Große Anwendungsvielfalt. Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten dank der auszugsicheren Verbindung Polo KAL NG ASV. Umfangreiche Sortimentstiefe. 50 Jahre Erfahrung im Hausabfluss. 20 Jahre Erfahrung in der Mehrschichttechnologie. Bis 20 Jahre Herstellergarantie. Ausgezeichneter Schallschutz. Klare Wahl. Polo KAL Untertitelung des ZDF, 2020